hallo meine freunde und herzlich willkommen ich darf euch begrüßen ich freue mich natürlich sehr dass ihr am start seid ich hoffe ihr hattet einen wundervollen tag und es ist schön dass ihr hier seid heute schauen wir uns mal das fädelstix rework an denn das ist jetzt gerade in der bearbeitung und es gibt schon einige details einige bilder wie ihr schon gesehen könnt und ja damit ihr vor allem euch das ganze natürlich nicht durchlesen müsst weil wir können alle nicht lesen habe ich das natürlich gemacht für euch ne ich verwöhne euch quasi auf höchstem level oder so ähnlich ja fädelstix um ihn erstmal kurz anzusprechen ist ein champion wie ich finde erst so ein bisschen wie ja so nicht ganz so krass aber entweder erst so diese eine person auf dem feld die reinultet und du stirbst einfach komplett instant weg also der gegner der feld der gegner von fädelstix stirbt sofort weg oder es ist so dieser 0 10 fädelstix der komplett useless ist und einfach zerbürstet wird ne so richtig richtig räudig was wir aber alle bei fädelstix hassen da sind wir uns giga einig ist der vier ich glaube es gibt niemanden in league of legends der nicht den feldstix vier hast ich meine der ramos taunt ist genauso schlimm und den hast auch wahrscheinlich jeder gibt es irgendjemanden der das nicht hast von beiden ich meine klar du kannst die qss kaufen aber dann musst du erstmal eine qss kaufen eine qss das ist ein bf sort ein bf sort oder ein gigantonisch großer stab hassen eigentlich auch ramos spieler den feldstix vier und feldstix spieler den ramos vier oder ist das so so gleiche branche so betriebsgeheimnis nun ja schauen wir uns einfach mal sein bild an der alte feldstix war eine vogelscheuche er war nicht wirklich ja er war nicht so richtig furchteinflößend er ist er so mit so einem er hatte eine richtig kacken laufanimation sogar da war gar nichts furchteinflößend an den im gegensatz dazu ist der jetzt komplett insane dieser feldstix er hat oben eine kreissäge auf dem kopf er hat hier sogar noch ein paar schlüssel drumherum ich weiß nicht ob das irgendwie wichtig ist vielleicht sind das die schlüssel zu thrash laterne man weiß es nicht er hat auch eine riesige blutige sensor es ist vermutlich sogar dämonen masse oder sowas und was ich super super cool finde er hat hier diesen riesengroßen greifarm diesen metallenen greifarm das alles ist hier so ein bisschen eisern mit bändern und holz zusammengeschnörkelt er hat auch dieses bein hier wo so ein riesen nagel oder ast drin ist und dann hier so ein bisschen holz und dann wieder eisen also sein design ist einfach zehn von zehn muss man sagen und achtung er hat dieses dieses schwarze böse in sich das heißt wir sehen auch das sieht so ein bisschen aus wie naruto diese shinobi augen erst einfach wirklich es ist einfach es ist ein fucking dämonen in ihm drin denn die story zu feldstix ist so ein bisschen es gibt so nekromanten und der hat einen er der hat irgendwie diese puppe belebt so ähnlich steht das zumindest nicht in diesen texten und der alte will sich da wirklich nicht böse aus aber dieser sieht einfach aus wie ein monster der sind zehn von zehn ist natürlich so ein splash hat aber ja worum geht es in dem feldstix rework im prinzip wird sein fokus auf seinen kernsturm also seine ultimate geleitet die ist nach wie vor natürlich einfach sein haupt augenmerk das macht feldstix aus und der vier natürlich aber ja er soll nach wie vor seine gegner entfallen locken und dann auf das schlachtfeld eintreten und die gegner in schrecken und furcht versetzen wichtig ist aber er soll dazu bekommen dass er mehr möglichkeiten hat die gegner in fallen zu locken das ist natürlich die frage was bedeutet das mehr möglichkeiten den gegner entfallen zu locken außerdem soll er ich kann das mal vorlesen wobei gehen wir einfach erstmal vor das alte böse nimmt quasi so ein bisschen gestalt an hier steht das ganze ist soll ein furchterflößender champion werden er soll möglichkeiten bekommen sich zu verstecken und das was ich sehr sehr gut finde ist erfahrene feldstix spieler werden ihre opfer in den wahnsinn treiben indem sie dafür sorgen dass diese sich fragen was real und was so eine schreckliche illusion ist was heißt das das heißt doch irgendwie grundsätzlich jetzt erst mal gesagt er soll spiegelbilder erzeugen aber wird er wirklich spiegelbilder erzeugen passt das also sowas wie leblanc passt das wirklich zu feldstix oder was könnte eine schreckliche illusion sein ich denke auch dass diese schreckliche illusion was damit zu tun haben könnte um die gegner um sich zu verstecken und gegner in inhalte zu locken eine erfolgreiche schockmomente sollen außerdem eine gute ausgangslage schaffen um einen kampf zu gewinnen ich meine rein theoretisch wenn du rein holtest und alle sterben dann ist es immer eine gute ausgangslage das war bisher auch schon aber das ist natürlich alles da kann man sehr sehr viel rein interpretieren aber vorher ist das set ja oder beziehungsweise aktuell ist das set halt zielen und klicken du machst ultimate machst noch ein 4 machst noch da dein ganzes zeug drauf wird das auch so bleiben nein es soll jedoch weiterhin also das soll nicht mehr es geht weit über zielen und klicken hinaus soll aber weiterhin sein fähigkeiten set erhalten das ist sehr sehr wichtig weil ich muss zum beispiel sagen der alte galio ist gar nicht mehr galio galio ist dead der galio ist neu da galio ist nicht also galio schon cool so ja der alte galio war auch scheiße da kann man nicht sich darüber beschweren aber die old wald cool und dies jetzt das ist halt irgendwie nicht mehr flash und das war cool wir können das ganze auch so ein bisschen sehen wie das hier so erschaffen wird das heißt hier haben wir so ein bisschen ja die entwicklung dieser schenke zeit wie das ganze so funktionieren soll gehen wir mal weiter runter hier kommt dann auch da das ist der anfang aus einer kugel wird dann so viel sechs dann wird das noch ein bisschen mehr gemacht eine laterne hier sehen wir so ein bisschen bla 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 ganz viel text ganz viel text und so wird er wahrscheinlich dann in game auswählen das heißt es ist vom spray start her gar nicht so weit her wenn wir mal so ehrlich sind sieht schon ganz cool aus und das ist ja immer noch hier ist extra dieses hammerzeichen das ist ja immer noch wie soll man sagen beta early access early access vor allem hier wird natürlich auch sehr sehr viel darüber beschrieben dass dieser fiddlesticks dann wenn wir uns ihn einfach mal angucken er ist ja sehr sehr ungleich er hat an dem einen riesige hand so eine riesige zerstören hier diese eisenhand er hat da unten so nagel und er ist ja kein mensch er ist ein belebtes objekt und deswegen soll er auch sich genauso bewegen er soll sich nicht normal bewegen wie ein mensch sondern er soll sich richtig na ich weiß nicht ob das hier wirklich so werden soll aber hier irgendwie in diese richtung also richtig wie so ein schlagsig und wie so ein totes lebendes objekt quasi und auch so soll seine stimme quasi werden er ist nicht hier ich weiß gar nicht wie fiddlesticks redet hey ein fiddlesticks hey soll er nicht soll er ist ja erst ein monster ein gegenstand ein gegenstand der von einem nekomanden zum leben erweckt wurde und deswegen soll er er so wie sagt man projekt mäßig project mäßig also eher so metallern oder wie hat eine maschine oder ähnliches reden oder halt eben eine maschine die halt menschen getötet hat und diese nachahmt in diese richtung also das haben die gesagt ist denen sehr sehr wichtig und das wollen die noch definitiv weiter verfolgen diesen gedanken finde ich auch sehr cool dass die da wirklich wert drauf legen was das nicht nur hey champion machen champion rausbringen sondern jeder champion hat einfach so sein eigenes blut in sich drin auch diese g-animation die haben extra gesagt hier da kann man das noch mal so ein bisschen sehen er sieht seine diese krallen hand hinter sich her also wie tun der mehr so ein bisschen wenn er läuft wie so ein das erinnert mich halt einfach übel krass an so ein monster aus so einem horrorfilm was dir so hinterher läuft mit dieser achse mit dieser krallen hand finde ich sieht super cool aus einfach fucking super cool hier können wir das ganze auch noch mal sehen das hier ist genau das ist die normale laufanimation und jetzt kommt auch noch die runanimation und bei der runanimation finde ich sehr sehr cool kommt nämlich der innere dämon wir sehen hier vorne die beiden hände die noch rauskommen das ist der dämon der in ihm drin ist und läuft sieht ne das sieht aus wie herr karim ein toter aber das sieht super cool aus da bin ich richtig hyped das sieht also ich finde es richtig scary auch stellte vor so ein fucking ding chaste euch stellte vor dieses scheiß ding chaste euch im echten leben auf dem friedhof nachts zwölf uhr während ihren grab geplündert habt ihr seid dead hier können wir noch mal so ein bisschen sehen das ist irgend so eine animation na da kommt ihr die hand raus und dann zack das ist was ist das für eine vogelscheuche da hätte ich keinen bock mehr wenn ich so ein papagei vogel wäre da würde ich sagen rudy nee den meisten will ich gar nicht leider hätte ich da gesagt ne da wäre ich definitiv auf jeden fall ähm raus auch wird aber auch viel über seinen namen gesprochen denn fiddlesticks ne dann wird gesagt hey hier ist dieser super böse nekromant gigaböse ihr müsst vorstellen gigabösigkeit auf 10.000 er schafft so ein monster in einer tiefen nacht blitze schlagen ein und es lebt ein dämon wie nennen wir ihn fiddlesticks fiddlesticks sticks fiddlesticks also es wird ich weiß nicht wo es ist aber es wird viel darüber gesprochen über den namen ne welcher nekoman nennt sein monster fiddlesticks ja und hast du schon die geschichte von fiddlesticks gehört die bösen geschichten des fiddlesticks ne fiddlesticks ist einfach kein böser einflüssender furchteinflößender name deswegen ähm ja hier steht auch fiddlesticks ist ein name den sich ein kind ausdenken würde um seinen freunden am lagerfeuer angst zu versetzen ein nekromant würde seine blutrünstige neue schöpfung wahrscheinlich nicht fiddlesticks nennen und ein hexer würde nicht aus dem zauberbuch die grauen des unheilsboten fiddel lesen deswegen ist halt die frage wird fiddlesticks umbenannt oder was passiert damit wird er einen kompletten neuen namen bekommen kann ich mir nicht vorstellen weil dann wäre es nicht mehr fiddlesticks oder aber man könnte ja auch nur fiddl nennen aber nur fiddl klingt vielleicht meint ihr wirklich dass sie ihn umbenennen würden fiddlesticks der fiddler the fiddler the fiddledow the fiddling daemon the fiddledledow also wenn ihr den habt oder wenn ihr denkt das wäre eine option gerne ansonsten ähm ja jetzt kommen wir zu seiner zu seinem skill äh zu sein also fiddlesticks ist grün ja grün ist keine furchteinflößende farbe deswegen hat man sich überlegt ok welche farbe nehmen wir schwarz schwarz ist schatteninseln fiddlesticks ist aber nicht von den schatteninseln deswegen hat man sich jetzt für rot geeinigt rot schwarz na rot schwarz und jetzt leute die ultimate klar wir haben noch nicht viel gesehen aber die ultimate wobei das ist erstmal die attack animation naja ihr seht so ein bisschen schwarz nicht mehr irgendwie so grüne kreise oder was der geworfen hat jetzt schwarze solche und jetzt die ultimate meine freunde die ist giganttonisch fucking hell kann ich das auf groß machen muss ein bisschen machen wir es ein bisschen kleiner die ultimate soll quasi so sein dass man sagt hey während er kanalisiert ok ich zeig's euch erstmal kann man das hier ist das geht das denn höher ne also holy shit es gibt leider keinen ton aber es soll quasi zeigen dass fiddlesticks richtig bock hat seine gegner zu verzehren einzuschüchtern zu töten oder so ähnlich und deswegen sieht man den dämon der aus ihm raus springt der dämon will quasi ne der dämon der hat bock der will der kommt richtig aus fiddlesticks heraus und das sieht richtig scary aus finde ich also sieht fucking scary aus wie dieser dämon aus ihm da raus ploppt und dann kommt natürlich die ultimate alles jetzt wie gesagt in rot und in schwarz so ein bisschen ja und das war auch das ist das beste und dann steht er da am ende wie gesagt hallo kriege ich nicht hin geht nicht ist zu schnell das video so wie eine vogelscheuche ja das ist natürlich jetzt die frage was denkt ihr über das rework mehr weiß man leider nicht das tut mir leid aber es ist ja auch erstmal ein erster eindruck äh ich finde es sieht sehr cool super krass sieht für mich super cool aus ist natürlich die frage wie der vier da bleiben ich glaube actually der sauger wird wegfallen wäre es schlimm wenn der wenn der lifestyle sauger von fiddlesticks wegfallen würde würde das fiddlesticks zerstören ich finde der ist da kann man bestimmt mehr mit machen wenn man den weg macht könnte man da andere sachen hin machen ähm ja ich äh verabschiede mich an dieser stelle droppt mir doch gerne mal eure meinung was ihr dazu haltet ich wünsche euch was auf wiedersehen und tschüss miau miau